ARD Text im Auftrag von Funk 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 8 Sacko Mio leckung 6er wurde die johle schauen und du bist eigentlich sehr damit Dankeschön weil ich jetzt mich kein Scham bekomme durch dich irgendwas eine Runde nicht du machst du doch selber starten muss was ist denn das für die Karte jetzt lass mich mal hier durchlesen Spiel okay jetzt hast du verschissen jetzt hast du richtig verschissen du antifaschist 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 ich setze diese Karte jetzt nein nein mach das nicht in Wänden all right so erstmal ich hoffe ich krieg jetzt die Karte die ich hoffe ich hoffe ich krieg die Karte die ich hoffe was ist denn das für ein Deutsch nein ich krieg die Karte doch ich krieg die nein ich krieg die Karte nicht doch nee doch beschwören wir mal kurz Ginso Och Nö Ja doch ähm Scheiße jetzt hab ich mir auch Gott Exodius Ich würde sagen greif ich mal an Nein Den Axtschwinger Ich weiß auch noch was mit was mit seinem mit seiner Axt geschwungen hat Ach nee das ist das Deck Nein Und ich aktiviere Fuck bin ich behindert Egal nochmal 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 Exodius im Eingriffsmodus Und ich hoffe dein erster Sakrophag wird mich ausgelöst Ha Ah mies Ja 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 Ha 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 Äh Shit Er fett der Karte aktivieren Ja von welcher Uh stopt Stabt Tornado auch die karte noch verdächt und bitte darf ich mal hallo spiel ach so ich habe mich schon gewundert habe ich jetzt ich habe doch keine karte gelegt hat die runde oder nein du kannst doch noch um kann ich kann man zu leben aber was ist denn alles aktiviert doch nicht aktiviert aber ich glaube ich bin gerade geschossen wenn ich mal die runde ja gut nun schenkt mir ruhig die 2000 andere nein was soll ich machen ich kann nichts machen und doch 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 das hätte ich machen können hoff der gegensätzlichkeit ah schwarzes loch das ist was nettes ich hole sterbe der gier paar karten ach so gut das geht auch wenn man langweilig ist im spiel stehen die in den verdäckten der mitte und es aussieht wie so ein haar grüße gehen raus an allen die zu aha beginnen ich habe gedacht ein haar haben nein haar wie das kreuz von dem so linkes bein der verbotenen au tausend ah tausend rechtes bein der verbotenen warum hab ich bloß eben was ach so ach so ok ah 2000 schaden muss ich sagen ah 2000 schaden meine musik ist zu Ende doch nee jetzt geht's weiter jetzt geht's weiter ich sollte mir auch mal musik zulegen aber ich bin zu faul musik rauszusuchen und ich kaufe wie weitstrike das ich 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 jetzt das spür ich mal Verschwörung auch weil mir das nichts bringt als Odius ja einfach in Verzeih kann sie ja noch ein Monster beschweren deswegen Bitzgebitzer nein 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 warte was ich kann dein Exodius nicht vernichten ja dann nehme ich deine verdeckte Karte warte wer hält ein ach ja weil die Exodius nicht gesetzt sind dann nehme ich die noch Sand weißt du warum naja ist mir auch egal gerade ja ich habe es gerade gesagt aber lass uns ich beschwöre ich hoffe Exodius aber ich schwöre der Volk a was wie heißt der Volk 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 und ich zerstöre dein erstes Exodius ja erstes Exodius das ist deutschmann erstes Exodius und Ben und Ben und der Exodius ist 3000 Kreis meins Monster an mein Monster ist weg Oh nein Oh weißt du was das heißt nö ich bin tot ja ich nicht drauf an es ist schon man kann es als OP bezeichnen bevor du antreist auch ja ich hole noch mal 800 RTK also tausend dazu noch mal und ich habe das Spiel noch geheimnis voller Panzerbrache das finde ich es ist die aber ein voller Panzerbrache folgen die Arzt wütend so Leute damit würde ich sagen was mit dieser Runde welcher ganz fortgefeiert die nach oben wenn ich einen Daumen nach unten ich liebe bei ihnen Exodius ich habe auch Schmerzen lang muss man sagen ja muss man was ja alter ich schrei doch nicht rum was hast du denn Karten werden gezogen ja komm er kann es mich selbst mit Kopf warum machst du das noch wozu mach doch die Runde vorbei damit ich was trinken kann und aufs Pissen gehen kann ich brauch schon nein nein ach halt deine warum hast du dreifache Exodius in deiner scheiß Runde ja komm wozu die Frage ist wozu machst du das jetzt oh scheiß ich kann ja nicht beschwören hab ich Monster oh nein ja doch hab ich aber ey selbst wenn du den beschwören würdest alle Monster weg gehen du kannst mit deinem scheiß geheimnis schwellen Drachen weg machen ich beschwöre Exodius die verbotenen und greife an mit Exodius die verbotenen mich wurde mal interessieren wie die angreifen würde mit der Hand oder sowas kann ich mir das vorstellen warum so ne Schelle warum so du hast nur noch 200 Lebenspunkte du weißt dass das heißt ja ich würd's diese Karte ey ich piss mir gleich ein meine Hose ist schon nass wegen dir ich schwitze schon das unten nochmal zu halten so jetzt erstmal Exodius beschwören und mit beide Exodien sagt man ist die Mehrzahl von Exodius Exodien ich muss pissen jubi ja dann würde ich sagen warte ich jetzt noch ganz kurz so wenn euch das ganze gefallen hat dabei Alex einfach einen Daumen nach unten geben damit er weiß dass er nicht so nett zu mir war wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder ne? Fiste meine Eierlötschen du stirbst doch jetzt eh weil ich selbst gefistet hast ach ja ich fiste meine Mutter Leute bis zum nächsten Mal ciao jaja und